Und krass, ganz schön kalt draußen und ich gehe mit ihm ein T-Shirt raus. Naja, was man nicht alles für seine Tiere tut. Das sind wieder tolle Menüs, also was ich zusammengestellt habe für meine Süßen. Und das bekommen die jetzt, damit die noch viel Grün und gesunde Sachen haben. So, lass mich mal rein. Danke, vielen Dank. So, ja. Guck mal, was die Mama hat hier. Oh, was hat die Mama? Oh, was hat die Mama? Komm, 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 komm. Komm, da, komm, da, komm. Oh, da sind sie alle. Oh, da sind sie alle. So, dann stellt die Mama mal hier ein Schälchen hin. Moment mal, Moment mal. Und noch ein Schälchen. So, für meine Süßen. Lecker, lecker, lecker. So, wieder so leckere Sachen. Ja, so muss das sein. Na, dann verwöhnt man seine Kleinen. Ja, geh auch mal gucken, Baby. Ja, stell dich mal hinten an. Na, ich reiche jetzt noch mal ein bisschen. Hier, weil die Cassie steht da alleine. Die kriegt jetzt auch. Mach mal die Kamera wieder aus, damit auch alle was bekommen. Oh, die Cassie kommt schon. Cassie, schön, komm auch her. Ja, okay. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.